So, unser Flugzeug wurde ausgerüstet. Perfekt. Dann würde ich mal sagen, beruhigen wir Sam ein bisschen und rufen Sarah. Sam, sag Bescheid, wenn Verbesserungen am Flugzeug nötig sind. Dad. Woher wusstest du, dass ich es bin? Du bist der Einzige, bei dem redigiert als Anruferkennung übertragen wird. Ich muss Charlie mal darauf ansetzen. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wegen dieser Blacklist-Sache sind alle nervös. Aber ich weiß, dass du dich darum kümmerst und alles in Ordnung kommt. Gib mein Bestes. Was meinen die mit Amerikas Konsum? Keine Ahnung. Genau das wollen wir rausfinden. Die im Fernsehen stellen die wildesten Spekulationen dazu an. Von mir aus sollen sie ruhig. Hab dich lieb, Kleine. Ich dich auch, Dad. Sehr schön. Sam ist wieder beruhigt und wir können jetzt unsere Ausrüstung für unsere nächste Mission kaufen gehen. Hey. Hä, was ist? Brakes, ist alles okay? Sicher. Weiß nur nicht, wie ich das mit Benghazi der CIA erkläre, wenn ich wieder da anfange. Bis das soweit ist, kreit kein Hahn mehr danach. Hoffen wir es. Okay, hier können wir unseren Fortschritt sehen und natürlich die Koop-Mission machen. Das wär's erstmal. Ich helfe jetzt Grimm. Sie will eine von Cobins Informationen überprüfen. Ah, stimmt. Cobin ist ja unser Gast. Den könnten wir auch mal besuchen gehen. Ah, bevor ich meine Waffen upgrade, statte ich mal Cobin einen Besuch ab. Na, schön eingelebt in deiner Zelle. Hey, Fischer. Bequem? Ist wie im Rattenkäfig. Hab mich gestellt, damit ich sicher bin. Du fühlst dich nicht sicher? So wie jeder, der nicht wenigstens fünf Kilometer von dir weg ist, Fischer. Je eher du mir sagst, was du weißt, desto eher bist du weit, weit weg. Ist das eine Drohung? Oder ein Versprechen? Na, such's dir aus. Cobin-Mission. Okay, der hat auch Missionen für uns. Junge, Junge, es gibt wirklich nichts zu tun. Nun, falls dir noch was anderes einfällt, um mich zu verarschen. Du weißt, wo ich bin, Fischer. Ja, ja, kein Problem. Okay, jetzt gehen wir erstmal unsere Ausrüstung checken und dann würde ich mal sagen, wagen wir uns an Grimms Mission ran. Weil die hat ja auch noch was für uns. Jetzt gehen wir erstmal Charlie besuchen. Hey, Charlie. Hey, Charlie. Oh, hey. Gute Arbeit, der Hack des Mobiltelefons. Ach komm, das war gar nichts. Mit etwas mehr Zeit und einer besseren Verbindung, da hätte ich... Konzentrier dich auf die nächste Mission. Sehr schön. Charlie hat auch eine Mission für uns, aber wir tun jetzt unsere Ausrüstung anpassen. Gut. Alles klar. Was gibt's denn bei A? Was haben wir denn da? Wir haben ein bisschen Kleingeld. Wir könnten unsere Brille ein bisschen aufrüsten. Unser Opset-Anzug. Ein bisschen mehr Stealth verleihen. Panzerung Stealth. Waffenhandling. Ausrüstung Hose. Ich würde sagen... Stiefel. Stiefel. Ja, das ist gut. Taktikstiefel. Dann geht unser Stealth ein bisschen weiter hoch. Oh yeah. Da gucken wir mal nicht aufs Aussehen, ne? Würde ich mal sagen. Wow. Da sind aber noch alles nicht verfügbar. Junge, Junge. Ich würde nicht auf Panzerung setzen. Mehr auf Stuff. Stuff und Panzerung. Und hier ist nur Panzerung. Also dann auf Stuff. Die hier werden gekauft. Die Galoschen hier. Könnte die natürlich auch noch kaufen. Aber ich will mein ganzes Geld jetzt nicht nur für Schuhe ausgeben. Deswegen schauen wir mal den Tor so an. Was können wir denn da auch wieder was Neues? Ist auch nur Panzerung. Und da unten exklusiv gibt es noch gar nichts. Gut. Dann kaufen wir auch den hier. Ausrüstung kaufen. Und hier... Boah. Hier geht es ja richtig ab mit Stuff. Der sieht aber voll gay aus. Mal ganz ehrlich. Boah, der sieht auch cool aus. Aber wir wollen ja nicht nur nach dem Aussehen, sondern... Schon nach dem... Dass man nicht sofort erkannt wird. Und da würde ich schon den hier auch noch kaufen. Sehr schön. Okay, Handschuhe. Oh. Das Geld geht langsam flöten, ne? Ist nicht mehr so viel. Aber egal. Waffenhandhabung habe ich jetzt gekauft. Jetzt habe ich gar nicht auf Stuff geguckt. Weil das ist auch gar nicht mit Stuff. Aber Waffenhandhabung ist auch sehr, sehr wichtig. Weil ich einmal voll daneben geschossen habe. Das weiß ich noch. Und dann habe ich 20 Kugeln in den reingefeuert. Und er ist nicht umgefallen. Das war auch richtig Fail. In meiner letzten Mission. Gut. Deswegen kaufe ich hier auch zwei Handschuhe. Eine Hose. Eine Hose. Auch Panzerung. Aber ich würde sagen, wir kaufen die hier. Fett am Einkaufen. Und langsam geht das Geld. Uns flöten. Stiefel haben wir gekauft. Wir können uns jetzt noch neue Lichter. Pink. Nein. Ich würde sagen, wir nehmen blau. Das sieht fett aus. Würde ich mal für den neuen Anzug mal probieren. So wie das wirkt in blau. Violett. Nicht wirklich. Und hier ist so Ghostblau. Erinnert mich an Ghost Reckon. Das ist wahrscheinlich auch eine Anspielung. Wer weiß. Gut. Jetzt haben wir unseren Offset-Anzug eigentlich gut ausgerüstet. Ähm. Ja. Dann stecken wir noch ein bisschen unser Geld in Spezialwaffen. Können wir nicht. Armbrust kostet zu viel. Puh. 100.000. Eine leckere Summe. Die Pistole. Mal schauen. Können wir auch nichts mehr reinstecken. Viel zu wenig Kohle. Alles ausgegeben. Kaum Waffen. Hier sind auch Famas. Interessant. Gut. Ich bin eigentlich sowieso Schrutflinte und so. Schwarzmarkt ist sowieso für mich nicht verfügbar. Schade. Das sind wahrscheinlich nur die Waffen, wo die Feinde tragen. Ja gut. Das nächste Mal. Jetzt gehe ich halt noch auf die Mission mit den normalen Waffen. Das nächste Mal schaue ich mir mal die Waffen dann genauer an, wenn ich wieder ein bisschen Geld gescheffelt habe. Gut. Sehr schön. Danke dir, Charlie. Wir sind hier fertig. Das weiß ich erst mal. Grim will, dass ich mir irgendwelchen Mist über Einsatzprotokolle reinziehe. Ah. Hm. Ja. Spiel lieber mit deinem iPhone. Gut. Okay. Neu ausgerüstet. Mit blauen Lichtern. Gehen wir zu Grim. Gab es großen Stress nach der Benghazi-Nummer? Wir müssen Coben High zurückbringen, wenn wir fertig sind. Ist er nützlich? Er ist ein Drogenfreak. Total angepisst und eine Nervensäge. Aber ich glaube, er hat gute Informationen. Halt mich auf dem Laufenden. Bevor ich's vergesse, sag, wenn du Flugzeugverbesserungen willst. Hier kann noch einiges optimiert werden. Jojo, Grim. Kein Problem. Ich nehme mal deine Mission an. Wolltest du nicht Nachforschungen anstellen? Ich habe die Netzaktivitäten der Engineers untersucht. 60% ihres Traffics wandert durch einen Knotenpunkt, der sich in Privatbesitz befindet und vor der Küste liegt. Können wir den anzapfen? Dazu sind sie zu klug. Wir müssten es auf die harte Tour versuchen. Wo ist die Anlage? Vor der englischen Küste. Ist eine umgebaute Festung. Der Kerl, dem sie gehört, macht mit diesen Dienstleistungen Millionen. Ich gehe rein, verwandze alles und verschwinde? Ohne gesehen zu werden. Sonst vernichten die alle Daten. Hört sich einfach an. Ohne gesehen zu werden? Kein Problem. Ah, die kann man auch online spielen, aber ich spiele sie solo. Gut. Meine Ausrüstung habe ich ja nicht arg verändert, außer meinen Anzug. Deswegen bleibe ich bei Ausrüstung A. Auf geht's. Erdnerkanal. Du musst bei deiner Annäherung sehr vorsichtig sein. Mitchley-Rossington hat hochklassige Sicherheitssysteme gekauft und beschäftigt dazu noch einen Haufen Wachen. Ich dachte, es seien wenige. Ist alles relativ. Okay, Datenzugriffspunkte befinden sich in den oberen Etagen der Einrichtung. Sind hauptsächlich Apartments. Du findest schon, was du suchst. Punkt C, Punkt A und Punkt B. Alles in der Nähe. Aber die zwei hier könnten mir noch ein Problem machen. Hier ist das Vögelchen. Na komm. Geh nach dem Vögelchen schauen. Guter Junge. Komm her. Leg dich hin. Mach eine Pause. Sei leise. So. Nummer 1. Schläft. Sniper 1 reporting in. Everything is quiet. Okay. Nummer 2. Behalte ich mal im Auge. Den lock ich nicht hierher. Aber ich würde sagen, wir bewegen uns langsam auf ihn zu. Langsam. Und... Gute Nacht. Sehr schön. Gut. Wo stecke ich euch jetzt hin? Ich schmeiße euch am besten ins Wasser. Eine kleine Abkühlung. Oder aufs Schiff. Guten Flug. Oder auch nicht. Das ist ja blöd. Eine unsichtbare Mauer. Naja, was soll's? Okay. Schalten wir mal die Lichter aus. Naja. Ich hasse Licht. Geht wahrscheinlich nicht kaputt. Aber das. Ich kann helfen. Nicht nötig. Hä? Ist da einer? Sniper 1 report. Unklärt. Der Gang ist sauber. Okay. Dann gehen wir mal rein. Niemand zu sehen. Wir machen erst mal das Licht aus. Auf dem Radar blinken ja plötzlich alle. Aha. Ein Gegner. Scheint ganz alleine hier drin zu sein. Gut. Dann würde ich mal sagen... ...überraschen wir den. Nein! Ich wollte die andere Tür. Hallo? Was steckt der denn? Oh, da ist er. Ah, Moment mal. Hey, du! Hast du mich gehört? Komm und hol mich. Nichts passiert. Komm schon. Überprüfe das Geräusch. Hallihallo. Hallihallo. Da. Er kommt. Oder auch nicht. Du Penner. Du sollst kommen, Mann. Verdammt nochmal. War die Tür vorhin schon auf? Jep. Endlich. Hallo? Ich bin die nette Spinne von oben. Komm schnell mit. Hey, vor deinem Kumpel noch was merkt. Okay, jetzt schleichen wir uns mal schön langsam an den ran. Ja. Schöne Sachen hier, hä? Flaschen und so. Tut mir leid, das war das Letzte, was du heute gesehen hast. Gut. Da ist sogar der erste Router. Sehr gut. Kann ich den irgendwie aus dem Fenster schmeißen? Ja. Ciao. Oh. Hoffentlich findet den niemand hier. Okay. Hacken wir. Bin im Vorführraum, Grim. Hacke jetzt den Router. Sehr schön. Es läuft gut. Eins erledigt. Noch zwei. Gut. Grim sagt, es läuft gut. Dann sind wir zufrieden. Was ist das? Hächeln. Hört sich an wie ein Köter. Was? Na. Die kriege ich nur mit dem Teamkameraden auf die Tür. Wo kommt das Hächeln her? Irgendwo muss diese Misthöhle doch sein. Da. Und er hat mich gewittert. Markieren wir ihn mal. Komm, du Scheißköter. Oh oh, er ist da. Willst du uns jetzt was zeigen? Naja. Besser, ich geh nach oben. Komm schon. Kommt niemand rein? Der Köter ist nicht alleine. Das ist echt blöd. Erstmal öffnen. Da ist noch einer. Er haut aber ab. Sehr gut. Dann kann ich mich um den Scheißköter kümmern. Halt's Maul. Das klang nicht gut. Da ist dein Hund im Apartment. Da war einer. In seiner Datei steht, dass er einen mehrmaligen Hundeshowgewinner besitzt. Reinrassig. Aktualisier die Datei. Tja. Der Hund war einmal. Ganz in der Nähe ist B. Komm schon um die Ecke. Ich weiß, dass du kommen willst. Nein? Gut, dann halt nicht. Dann komm ich halt. Gute Nacht. Gute Nacht. Schön noch das Licht ausgeschalten. B ist irgendwie in diese Richtung. Aber ich muss noch den Laptop hacken. Okay. Der ist aber nicht da. Verdammt. Laserstrahlen. Das wird auch nicht sehr einfach hier. Nice auf Fernsehen. Sieht aus wie 2K. Moment mal. Wie kriege ich das aus? Okay. Einfach drauf schießen. Aber besser, wir gehen erstmal hier raus. Schon wieder was zu hören. Noch ein Laser? Nicht wirklich. Ab nach unten. Nein? Nein, okay. Geht nicht. Dann schauen wir mal da drunter. Wow. Nice. Was für ein Sicherheitssystem. Könnte lustig werden. Keine Wache zu sehen. Ich muss langsamer laufen. Langsamer. Das war knapp. Das Telefon. Gut. Und aus die Maus. Sehr schön. Scott, wir sind in der Mitte. Get back on patrol. Dann zapfen wir mal das Telefon an. Hab das Handy gefunden. Verwanze es. Bloody hell. Sehr schön. Knoten angezapft. Jetzt nur noch einer. Gut. Was haben wir denn da? Der Laptop ist dort drüben. Ich muss auf jeden Fall noch den Laptop anzapfen. Gehen wir nach meiner nächsten Station. Ich verstehe das nicht. Der Gegner wird mir auf dem Radar angezeigt. Ist der über mir? Das ist die Frage. Hey, you've got a patrol outside too. Huch. Ah. Keine gute Idee gewesen. Was ist hier? Ich kann den Piss nehmen und zurück auf patrol. Aha. Der Laptop. Mist. Eine Kamera. Hey, you've got a patrol outside too. Junge, Junge. Das ist ja böses Sicherheitssystem hier. Oh yeah. Das wird nicht einfach. Bloody hell. Eine Wache läuft hier noch rum. Aber es gibt kein Sicherheitssystem, wo ich nicht vorbeikomme. Zeit zum hacken. Sagt Johnny, dass ich ein Geschenk habe. Ich bringe noch ein Laptop mit. Ich sag's ihm. Mist. Wo ist das Ding zum Ausschalten? Ah, ich bin schuld. Das darf bei dir. Das ist jetzt die Frage. Ach, da ist es doch. Ah. Die Kamera ist aber so nicht aus. Mist. Okay. Laptop gehackt. Noch zwei Wachen übrig. Dann beeilen wir uns mal. Und wir geben uns aufs Dach. Aha. Oh man, das sind doch nicht nur noch zwei. Das sind eine ganze Menge mehr. Bloody hell. Licht. Puh. Die sind hier ja wirklich mit allem an Start. Mal gucken, dass ich hier nicht erwischt werde. Oh. Ein Scharfschütze. Na toll. Das wird gar nicht einfach. Okay. Das wird überhaupt nicht einfach. Alles klar. Scharfschütze. Markiert. Eine neugierige Wache. Markiert. Das sind sicherlich noch nicht alle. Aber den. Hol ich mal zu mir. Hey du. Hey du. Komm schon. Das hast du doch gehört, oder? Guter Junge. Komm, komm, komm. Komm her. Ja. Guck. Und. Geh schlafen. Gott der Nacht. Sehr schön. Das hat geklappt. Den tragen wir erstmal nach unten. Pfiuh. Das war wieder knapp. Pfiuh. Hier kannst du weiter pennen. Gut. Wo war der gerade, weil er mich gesehen hat? Der Sniper guckt jetzt in die andere Richtung. Da ist noch einer. Da steht er. Du hast einen Pfiuh. Du hast auch einen Pfiuh. Mist. Das Licht ist nicht ausschaltbar. Und jetzt? Hier gibt es bestimmt noch mehr. Ein Hubschrauber. Okay. Mit einem gezielten Schuss könnte ich ihn eigentlich erledigen. Mein Handling stimmt bestimmt nicht mehr. Okay. Okay. Langsam. Wo ist meine Stromknarre? Habe ich die nicht dabei? Doch. Okay. Noch einer. Aber das Licht könnte so Probleme machen. Zwei Stück. Und einer auf dem Dach. Und einer auf dem Dach. Ein wachsames Auge. Und dieser blöde Leuchtturm. Der auch noch dazu. Hey. Du hast einen Pfiuh. Okay. Von hier komme ich runter. Komme ich vielleicht? Nein. Das ist nur zum Verstecken. Moment mal. Kommt der nach oben? Okay. Mein wachsames Auge. Durchforstet alles. Okay. Ab nach oben. Gut. Einer kommt. Sehr schön. Hoffentlich sieht er mich nicht gleich. Kann ich ihn mir schnappen? Verdammt. Nein. Wir haben den Alarm ausgelöst. Ich muss diese Mission leider beenden. Was? Okay, Freunde. Ich habe kurz nochmal bis hierhin gespielt. Und habe das halt jetzt so zurecht geschnitten. Ich hoffe, das stört nicht. Der kommt. Jetzt wird's. Happig. Schön leise. Schön leise. Und Angriff. Und tschüss. Schnell weg mit ihm. Ein Zeitfenster bleibt mir. Runter mit dir. Du machst einen Freiflug hier runter. Okay. Okay. Nur noch der eine. Der ist da drüben. Boah, war das knapp. Hallo. Oh, Schuze. Wow. Das war knapp. Der Sniper kommt. Schneller, 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 schneller. Okay. Das waren sicherlich noch nicht alle. Aber ich bin ziemlich nah am Sniper. Und an der Kommunikationsanlage. Schön leise. Schön leise an ihn ran. Da unten ist niemand zu sehen. Gut. Okay. Da suchen wir unser Glück. Überraschung, Freundchen! Vorbei ist es. Fixieren. Und nun hacken. Wir haben die Mission gerade ein wenig aufgewertet. Die Person, die du verschnürt hast, stand bei Interpol auf der Fahndungsliste. Seit mehreren Jahren. Ah. Hauptkommunikationsleitung gefunden. Ist doch super. Yeah. Die Datenströme wurden erfolgreich angezapft. Als nächstes musst du da raus. Leise oder laut? Bleib leise und begib dich zur Exfiltration zum Dock. Verstanden. Schon in Bewegung. Zum Dock. Da unten also. Noch sind Gegner hier. Die Kamera. Sollte ich besser umgehen. Unten ist niemand zu sehen. Also gut. Mal gucken. Komme ich nicht hier irgendwie runter? Sieht gut aus. Abseilen. Keine schlechte Idee. Auf geht's. Okay. Gut. Dann auf zurück ins Hauptquartier. Abholpunkt erreicht, Grim. Verstanden. Könnt abhauen. Wir sehen uns an Bord. Yeah. Abschlussbericht. Oh yeah. Da haben wir ja wirklich gute Arbeit geleistet. Oh. Stuff Nuckouts. Neun Stück. Ich bin zufrieden mit meinem Ergebnis. Also gut. Panther. Überhaupt nicht. Oh. Doch. Panther Kills. Ah. Okay. Naja gut. Das war der Hund. Assault. War wahrscheinlich gar nichts. Ja. Durfte ich ja auch nicht. Oh. Wir haben. Ganz schön gute Punkte gemacht. Finde ich gut. Alles klar, Freunde. Das ist mein Ergebnis. Und Kohle haben wir auch bekommen. Gut. Grim-Missionen sind also immer hier schön leise und schnell. Das gefällt mir. Dann mache ich mal ein bisschen mehr Grim-Missionen. So zwischen den anderen. Auf jeden Fall. Sehen wir uns im nächsten Level, Freunde. Macht's gut. Ciao.